Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem kurzen Video. Ich habe gerade was herausgefunden. Und zwar, wie ihr das hier machen könnt. Also einfach nur zuschauen gerade mal. Ist doch geil. Warte, ich zeige es euch nochmal. Jetzt halte ich die Kamera. Ich finde, das sieht so cool aus. Habt ihr es gesehen? Das ist geil. Das geht total einfach. Also, ja, ja, ich esse es gleich. Also, es geht ganz einfach. Ihr müsst einfach die Levade, die sogenannte Levade, das hatte ich von der Pauli mit Katze, danke. Müsst ihr auch das da drücken. Und solange ihr das drückt, müsst ihr halt die Kamera halten und müsst das hier drücken. Also, das machen wir jetzt mal. Und dann passt jetzt schon. Ja, das war's. Ich finde das richtig cool. Ich hänge euch mal kurz was dran mit Musik. Und dann sehen wir uns gleich, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht bei einem Bild helfen oder sowas. Ja, mir jetzt erfällt es auch. Ich habe es gerade selbst herausgefunden. Einfach mal so. Dachte ich mir, ach komm, ich probiere es mal. Okay, tschüss.